Hi, wir sind REM Thermal Systems und wenn du auf der Suche nach einer Ausbildung bist, solltest du jetzt dranbleiben. Denn bei uns erwarten dich Technik, Maschinen, Computer, Schrauben und deine neuen Kollegen aus vielen Bereichen. Okay, aber was genau machen wir? Wir sind Maschinenbauer. Genauer gesagt sind wir 600 Kollegen am Stammsitz auf der Alb in Blaubeuren und weltweit. Und wir bauen thermische Systemlösungen für die Elektronikfertigung. Vom Flugzeug übers Auto bis zum Tablet und Handys. Überall da steckt REM drin. Ja, das ist echt vielseitig. Genau wie unsere Ausbildungsplätze. Ganz egal ob in der Produktion oder im Büro. Und äh nein, Kaffeekochen kannst du woanders. Bei uns genießt du den in der hauseigenen Kantine. Und genau deswegen solltest du bei uns deine Karriere starten. Denn bei uns kannst du wirklich die Zukunft mitgestalten. Statt den Ausbildungswerkstätten an Azubi-Projekten kannst du bei uns an echten Projekten mitarbeiten. Denn bei uns bist du nicht irgendeine Nummer, sondern ein Teil des Teams. Und auch wenn es für die Noten mal Nachhilfe braucht. Alleine gelassen wird bei uns niemand. Wir sind eben Teamplayer und halten zusammen. Deswegen haben wir echt gute Kooperationspartner. Von Schulen bis zu Workshops und im Übrigen sogar noch viel mehr. Wir haben nicht nur eine Kantine mit echt gutem Essen. Es gibt auch Sportangebote. Wir machen regelmäßige Ausflüge und lernen echt coole Sachen. Bei uns erwartet dich ein sicherer Ausbildungsplatz mit extrem hoher Übernahmequote. Und unbefristet. Denn nur so kannst du auf der Karriereleiter so richtig durchstarten. Okay, ich glaube, du hast es verstanden, oder? Es lohnt sich, sich zu bewerben. Wir freuen uns auf dich. Bewirb dich jetzt! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR